Hallo, hier ist Martin von Money Mankeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 16. November 2022. Und unser DAX, der schlägt hier ganz schön langsam in den Dreck rein. Also wehrt sich hier noch mit Händen und Füßen gegen sein Schicksal. Dabei wissen wir doch alle ganz genau, was hier kommt. Aber er wehrt sich, er wehrt sich wirklich noch. Wir haben die 4,45 noch mal oben abgefrühstückt. Wir hatten gesagt, wenn es ihm gelingt, dann hier wirklich unten raus weiterzuarbeiten, dass er sich dann durchaus mal unter die 100 noch den Schnaps gönnen darf. Dieses unten rausarbeiten hat dann recht lange auf sich warten lassen. Das ist dann nach Kletaklus sogar erst gekommen, dass er hier unten mal unter des Tages, die vom Vortag drunter gestoßen hat, damit auch die Tageskarte vom Vortag ja letztendlich jetzt antriggert und auch eine Bestätigung letztendlich sogar gibt. 4,45 abgearbeitet, 100 hat unten gefehlt. Also von der könnte ich mir gut vorstellen, dass er es tatsächlich zum Mittwoch probiert, probiert mal drunter zu stechen, aber muss dann halt auch dranbleiben. Na, ich würde der 100, wir hatten gesagt, so einmal drunter stechen und dann wieder hoch. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Eigentlich reicht das ja schon. Das erfüllt genau den Zweck, den wir haben wollten. Es ist halt nur nicht ganz so nur die 100 gegangen, haben 20, 30 Punkte gefehlt. Aber ich wäre jetzt nicht so unbedingt drauf aus, dass er dann von dem neueren, tieferen Tief hier drunter oder von kurz unter 100 auch noch richtig nach oben kommen muss, weil das hat er jetzt durchgespielt. Das Schaustück ist quasi, die Karten liegen auf dem Tisch. Also er hat das einmal gemacht. Warum sollte er das ein zweites Mal machen? Von er wäre ich ein bisschen vorsichtiger, insbesondere wenn dann jetzt der Owner die Tagestiefs weiter rausarbeitet. Da ist Ora unter 14, 1,30 arbeitet, hätte er eher, ich würde fast sagen hier, Richtung alte obere Keillinie. Die liegt im Bereich um 13,950, je nachdem wann er aufsteigt. Die steigt von 13,930 im Tagesverlauf bis 13,970, 13,980. Ach nee, das ist dann schon Donnerstag. 13,930 bis 13,965. Das wäre erreichbar, wenn er hier unter den Tiefs weiter raushaut. Also quasi einmal unter die 14,000 drunter tippen, dann könnte er erstmal wieder einen kleinen Rücklauf reingehen. Das wäre typisch. Ansonsten die 13,700, die untere bleibt natürlich weiterhin das Ziel, wenn es ihm gelingt, hier weiter drunter zu arbeiten. Sollte er aber nach so einer Schwäche, die er jetzt gezeigt hat, sich zum Mittwoch eher positiv zeigen oder zwar einen schwachen Start präsentieren, aber den dann einfach nach oben umdrehen und oben rausarbeiten. Und er arbeitet das wieder auf und arbeitet das zurück und an die 14,400 zurück und auch drüber, dann ist das eigentlich schon fast nochmal eine Ansage für die nächste Rallye-Street, äh, Rallye-Street, sag ich schon, für die nächste Etappe nach oben. Ja, weil dann war das jetzt der Rücklauf. Auch wenn es jetzt nicht befriedigend dann für alle wäre, die auf einen gewartet haben. Aber dann wäre zumindest die nächste Rallye-Etappe wieder freigegeben. Und das wäre dann 14,6 bis fast 14,8 schon, ja. Ja, ähm, sollte man auf jeden Fall auf dem Radar haben. Das heißt, es zeigte uns Stärke, ähm, sollte man zur Kenntnis nehmen, dass das dann bereits ein fertiger Rücklauf war und jetzt die nächsten Ziele oben dann wieder mit Trendbewegungsverhalten erreicht werden können. Ja, also eigentlich das ist wichtig. Na, also unterm Tief, äh, unter, unter 14,1, äh, eigentlich unter 2,50, eher gefährdet nach unten raus, in Richtung, Richtung obere Keillinie, alte, alte, obere Keillinie zwischen 13,39 und 13,9,65, je nachdem, wie fortgeschritten der Tag dann schon ist, wenn er dort auch ankommt. Und, ja, das ist es. Machen wir zu, wünsche euch viel Erfolg. Gutes Gelingen. Können auch noch kurz einen Tagesschart gucken, aber da ist jetzt eigentlich nur noch mal fast das Gleiche, äh, dahinter gekommen. Ähm, nicht ganz so eindeutig, aber rote Tageskerze bestätigt jetzt. Unseren hängigen Mann, der war drunter, also, auch wenn es ein leichtes Doji ist, aber, ähm, ja. Auch Risiko jetzt nimmt auf der Unterseite für einen größeren Drucklauf zu. Da passt bitte auf, ja, insbesondere die, die hochzu jetzt die ganze Zeit short gegen gehandelt haben, passt da bitte auf, wenn der jetzt wirklich anfängt zu fallen, dass, dass er dann nicht die ganze Zeit jetzt long gegen fuchtelt. Also, das ist, das ist immer der Klassiker, ne. Die Leute, die erzählen einem hier, mir erzählen sie immer, weil ich bin, ich liege ja immer mit meinen Analysen falsch, ne. Ich sag ja, jeden Tag immer, es fällt und der Markt steigt immer. Obwohl ich ja eigentlich immer die Ziele oben auch benenne. Ähm, ein ganz, ganz komisches Phänomen. Aber, denn, die, die Leute haben dann die ganze Zeit immer short, 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 obwohl wir immer wieder sagen, es ist für mich kein Short. Mark, wird ihr ja rechnen hier mit Übertreibung. Wenn da drüber, dann geht er noch bis dahin. Und dann macht er eigentlich ziemlich gut, der Dax, ne. Und ist auch die letzten Wochen wirklich sehr stark auf technischer Ebene gelaufen jetzt. Die letzten drei Tage sind ein bisschen wuscheliger geworden, ein bisschen unsauberer, könnte man fast sagen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Bereich, der hier erreicht wurde. Das ist vollkommen legitim, dass er da einfach ein bisschen schiebt und drängelt und gängelt. Ähm, aber wichtig ist eben, was ich sagen will, wenn da jetzt weitere Tiefs kommen, passe auf, dass wenn ihr nicht, wenn ihr die ganze Zeit short gesucht habt, weil Politik und Wirtschaft und alles ist so schlecht, dass ihr dann nicht plötzlich jetzt anfangt, long zu suchen, weil ihr sagt, naja, die Nachrichten sind ja gar nicht so schlimm. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Das machen nämlich viele immer und das ist halt Bullshit. Also das kann man sich wirklich versuchen, so schnell wie möglich abzugewöhnen. Es gibt Leute, die handeln fünf Jahre so ohne Erfolg. Es gibt Leute, die handeln 20 Jahre so ohne Erfolg. Es gibt Leute, die handeln erst drei oder sechs Monate so ohne Erfolg. Es ist immer die Frage, wann fange ich an, irgendwie mal anders ranzugehen? Wann fange ich an, mal mit dem Markt zu handeln? Und dann verändert sich auch meistens schon was im Ergebnis. Ja, Punkt. Ich mache hier zu. Wünsche euch was. Ciao, bis morgen.